Musik Vielen Dank. Vielen Dank. Die treuen Fans beim Anfeuern in der Mannschaft. Man feuert immer gut mit dem Eis an, gell, Judith? So sieht eine Siegesmannschaft aus. Und was sagt der Fan dazu? Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, wirklich? Ja. Wir sind so eine Leistung. Weitere Fanstimmen? Unglaublich. Unglaublich. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein, zu dürfen. Ein historischer Augenblick. Ein wahnsinnig historischer Augenblick. Was sagt man so als Sieger? Ja, Sikka. Ja, Fabian, hin in die Höhe. Oh, sehr schön. Tschüss. Ja, komm. Ja. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Auch. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ach Gott, der darf hat er das nicht. Hat er es unangenehm. Ah, jetzt geht es mir an. Ich kann nicht bringen. Ja, komm jetzt nicht mehr. Ich bin ein Klappchen. Oh, du brauchst dich nicht, oder? Ah, schön. Komm, ich bin ein Hund, ich bin ein Hund. Jawohl! So, jetzt kommen wir zur Party. Wir haben uns verdient. Jubel. Hallo. Oh ja, schau mal. Es ist schon wieder. Wir wollen den Meister sehen. Der Präsident persönlich schenkt uns den Sekt ein. Okay, das ist ein Service. Das ist wie mit der Edlinger bei einem Bier. Ja. Jetzt sei nicht so fein. Jetzt kann der Gerald zeigen, was er kann. Jetzt kommt er mit dem Löffel. Ich habe ja nicht geschüttelt. Was war das? Nicht geschüttelt. Jetzt kann er klatschen. Jetzt kann er mit dem Löffel. Okay, jetzt machen wir die Konne. Und mit Prost oder was? Ja, Prost. Prost. Danke schön. Auf euch. Prost. 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 Man muss die Feste feiern, wie sie feiern. So, jetzt ist genug gefeiert, jetzt sind wir trainiert. Und, wo geht er hin? Na schau, fangen! Sonny, Steiner! Der Roman hätte nur so machen müssen. Jetzt machen wir noch einer aus dem Roman. Aber ich kann einen Schläger nehmen und drauf schlagen. Ah, den haben wir der Topper gespielt. Mit den blonden Augenbräunen kenn ich. Ja, ja, ja. Den habt ihr schon einmal gespielt? Genau, da haben wir da fürchterlich gespielt, da war der Roman. Wenn ihr da kommt? Ja, wir gehen. Dann haben wir da, hier raus!